Heute mal auf dem Tisch etwas exklusives. Französische Landende mit Rotkraut, Kartoffeln und einer trockenen Weinsauce aus der Provence von Frankreich. Ein sehr guter Geschmack, der auf der Zunge nicht vergeht. Hallo zusammen, ich bin heute wieder im Studio in Erfurt und führe das Bankdrücken aus im Wettkampfstil. Ich habe heute mit sehr hohen Lasten zu trainieren und im Ganzen lief es aber recht gut über die Bühne. Hier meine 77% mit 3x2, da habe ich noch keine Pause mit eingebaut und als ich die Sätze hinter mir hatte, steigerte ich dann auf 86% und machte 5x2 mit Pause. Jede Wiederholung wurde mit Pause gemacht. Ihr seht es hier, Handel berührt den Brustkorb, gleich wieder hoch. Und dann kam die nächste Wiederholung mit Pause und dann auch wieder nach oben. Die Pausen hier habe ich zwischen den Sätzen in 6 Minuten Form durchgeführt. Danach führte ich das Wordpress im Wechsel mit 10 und 17 cm durch mit 3x3 je 70%. Das war auch sehr gut im Umsatz, hatte keine Schwierigkeiten. Nur beim Wechsel habe ich Ihnen gemerkt, einmal leichter drücken, einmal schwerer drücken. Ist ja klar, 7 cm fehlen ja immer. Aber das war alles kein Thema gewesen. Ich habe das alles ordentlich durchgezogen mit genügend Pausen in den Sätzen. Und da war mein Training heute spitzenmäßig gewesen. Wir sehen uns am Montag und da gibt es schwere Knieböge. Macht's gut!